Asterios Pollip, Star-Architekt und Hauptfigur in David Mazzucchellis Comic. Eines Tages brennt sein New Yorker Apartment ab. Vorher ist ihm schon seine Frau abhandengekommen. Asterios steigt aus. Im amerikanischen Hinterland trifft er auf Stiff und seine Autowerkstatt. In einer Mischung aus Hoch- und Popkultur lotet Mazzucchelli alle Möglichkeiten des Comics aus. Er erzählt in wilden Episoden, unterbrochen von Asterios Erinnerungen an seine zerbrochene Ehe oder von seinen surrealistischen Träumen. Die Handlung erinnert nicht von ungefähr an Romane von Paul Auster. Asterios Pollip von David Mazzucchelli ist im Eichborn Verlag erschienen.